Warum möchte man eigentlich growen? Warum möchte man eigentlich sein Gras selber anbauen? Da möchte man eigentlich Indoor anbauen oder Outdoor anbauen. Bei Marios Grow Show geht es allerdings mehr um den Indoor-Bereich. Wie fange ich also am besten an? Samen oder Stecklingen? Wofür entscheide ich mich? Was ist meine Wahl? Marihuana. Wohnst du noch oder growst du schon? Wo baust du an? In deinem Wohnzimmer? In der Box von Urban Chili? In der Box von Secret Green? Oder doch lieber das Zelt? Oder ich baue mir gleich meinen eigenen Raum. Für welche Lichtquälle entscheidet man sich? Geht man eher auf Verbrauch oder geht man eher auf Leistung? Holt man sich eine LED oder bleibt man bei einer Natriumdampf? Welches Licht ist das Richtige? Biologisch oder mineralisch? Was ist eigentlich der richtige Dünger? Welchen Dünger soll ich nehmen? Welcher Filter ist der Richtige für mich? Was tue ich gegen den Geruch? Worauf sollte man eigentlich achten? Welche Werte sollte man messen? EC und PH sind die Werte wichtig? Hey Mann! Baut eigentlich nur der Hippie an! Ich glaube, dass es jeder kann. Auch der Businessman. Worauf muss ich sonst noch alles achten? Fragen über Fragen. Alles von der Aussaat bis zur Ernte erfahrt ihr in Marius Grow Show, aufgebaut in mehreren Folgen. Freut euch, ich freue mich auch. Bis dann. Bis dann.